Herzlich Willkommen zu Anja in meinem Vlog. Hier immer noch vor dem Freibad. Niklas guckt gerade auch ein Video. Und er zeigt gerade Lelons Pennyboard-Tricks. Sie versuchen zumindest Tricks zu machen. Aber wir sind immer noch so langweilig. Und Lelon hat mein Pennyboard geklaut. Lelon war ein böses Kind. Na guck. Guck in die Kamera. Das war Leon. Sorry. Das war Leon Müller. Das ist Leon Müller. Ich will gerade auf dem Pennyboard fahren. Lass mich durch. Warte kurz. Und schaut auf seinem Kanal vorbei. Lelon unterstrich Müller. Und ja. Schreibt. Lass dein Abo da. Und liken. Lass mich nicht kennen. Und Emma. Ich fand meine Penny. Doch was nicht. Ja. Ich muss jetzt meine Penny mal zurück erobern. Von den bösen Lelon. Ja. Ja. Hier Niklas Riefmann. Ich schneide gerade ein Video. Und unbedingt dann vorbeischauen auf dem Kanal. Wenn das neue Video da ist. Ja. Und jetzt. Jetzt. Jetzt fahre einfach. Geh schwimm mal. Ich schwimm weg. Fang ich an läutern hier. Und drive wir mal in Richtung Mittelfahrt. Und wir haben einen Stalker hinter uns. Das ist jeden Tag. Gott, dein Kind. Jo, Leute. Junge, ich film gerade, du Idiot. So, ich fang. Mein Gott. Gott. Jo, Leute, wir haben. Da fährt der Liggy. Liggy Hudlmeier. Hört auch aus einem Kanal vorbei. Niklas Leerstrich. Hudlmeier. Ja, Liggy ist wieder da. Hudl. Und dann drehen wir hier einfach noch mal geschwind ein paar Runden. Guck, wie ich fahren kann. Freihändig. Wunderbar. Wunderbar. Hörer, Liggy. Da kimmel. Schnauze. Schnauze, Ligga. Jo, Leute. Wir fahren jetzt noch mal kurz. Wir fahren jetzt noch mal geschwind. Wir fragen ihn, ob wir noch kurz Video mit dem machen können. Also dann, bis gleich. Jo, Leute, das sehen wir wieder. Aber... Ist es nicht da? Ja, Ligga ist auch da. Ja, Lila ist auch da. Und so ist es auch wieder da. Ja, er ist auch wieder da. Ja, wir konnten den Gläschriefen leider nichts mehr für ein Interview gewinnen. Jetzt gehen wir wahrscheinlich auch gleich rein. Also haut rein, vielleicht bis drinnen. Und hallo! Tschüss!